Kling-Pin, hier ist Sentinel-2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel an der Pracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio-Galegos. Wenn Ions irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Euphirobo und wir spielen Cool of Duty Advanced Software im Singleplayer-Absturz. Von der Antarktis. Exotype-Soldat. Ja. Schwarz und Mädchen. Wir sind Sentinel-2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel-2-3. Primärziel ist die Fracht. Alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Tinken. Wir treffen uns mit Guardian-5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel-2-3 Ende. Manche Attack so schnell wie die. Das ist krass. Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Kann man irgendwann selber stellen? Oder? Ne, natürlich. Cooler Flieger, muss man sagen. Bist ja auch krass, dass wir so wieder immer so schnell sind. Wie geht das Flugzeug? Oh, ich darf jetzt laufen. Na, du bist klar. Na, das. So, F. Was ist das denn für ein Ding, ey? Oh, okay. Krass ist der Scheiße. Oh, cool. Das war echt knapp. Also, das hat ich auch noch nie erlebt. Das ist mal die coolste Flugzeugentführung, die ich je gesehen habe. Ähm. Alter, ich sehe fast nichts mehr. Sentinel-2 sichert die Fracht. Lande bei deiner Position, Ilona. Sprenge jetzt das Schott. Ja. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapseln nicht der Position. Oh, Mann. Pünktlich sind sie. Muss man ihnen lassen. Granate! Feuer! Ausgaben! So eine coole Rappe. So eine Rappe. So eine Rappe weg, nein. Aber ich weiß nicht, ob ich mir übersichtlich bin. Achtung! Achtung! Die Frontfläche ist fehlbar. Die Frontfläche ist fehlbar. Dann nimmt man so eine. Oh, das war eine von mir. Entschuldigung. wir leiden schwere verluste dann noch eine zweite ich will schon mal die Wecken loswerden ich kann nichts länger hier bleiben schiebe ab was ist jetzt noch zu schieben naja alter wie ein Panzer ich hab keine Muni mehr was soll ich machen mit eines daun wow was war das cool ja ich wollte schon immer mal eine Eisrööööö eine Gletscherspalte hinten wir haben ja 10 ne gut ah wir sind ja voll auf Muniz wir sind zu tief wir müssen einen Weg zur Fracht finden oh der ist schon runtergefallen ja auja war alles kaputt alles also dann brechen wir auf also dann brechen wir auf oh das wird kürter also ich lauf einfach mal oh bin ich jetzt am brennen nur lautes los wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr ja komm hier gehts nicht lang na los Bewegung muss auch hier heute ein Gegner werden ja cool wenn wir wenn ich wusste schon wenn wir jetzt hier nen Laptop finden werden ja 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 das ist ja was das ist nicht lang Polizierweiterung es ist hier unverflucht kalt ungeschützt überlebt ja aktivität voraus dann schauen nochmal die Gruppe rechts rückt ab kümmern wir uns um den Rest und folgen dann den anderen ach das da ist ein Computer ich nehme den linken Mitchell du erledigst die beiden oben schießen du zuerst Mitchell da geht doch kurz ich bin nämlich kein Problem nichts überlegt da war der links da vorne ist ein Ausgang weiter sieht aber schon cool aus das war jetzt so klar wo meine Waffe hat der super geklappt hat der super geklappt oh man jetzt sind wir doch mit dem abgestürzt aber der ist hinüber immerhin so sieht auch schon cool aus hier muss man nochmal sagen kommt schon ich habe mir diese Komischie auf und da ist eine Temperaturanzeige da ist eine Temperaturanzeige da ist eine Temperaturanzeige da ist eine tauchung äh ja Spiel gespeichert erst müssen wir auf die warten lassen Alter ich bin ja am erfrieren Tja, ich kann verstehen, leider nicht, ob der von mir will Oh, da ist Bickel Bekannt aus dem Manohofer, ja Der Schiff hier vorne Okay Schmeckt das Okay, hier haben wir da auch noch eine Was ist das da? Erledigt Da, wie kommst du hier oben hin? Das ist erledigt Ups Entschuldigung Ich bin es heute nur gewohnt, Frauen einen Challenge zu geben Ja, nee, Spaß Ja, Muni Ich hab nix Wir haben auch nix mehr Ich hab nix mehr Aber wer ist da oben hin? Beide. Ich hab nix mehr Kloppen Ich hab nix mehr Ich hab nix mehr Ich hab nix mehr nicht schlau erledigt noch mehr ok ich fall erst mal runter ok geschafft bis nach der uni juhu tageslicht rutschpartie jetzt müssen wir die lang wahrscheinlich die waren zu weit weg nicht abrutschen hier klingt das nix jetzt aber wow 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 ok was war das denn ok wo naja kein schlank folgen folgen kontakt direkt voraus verdammt sie haben die fracht sind auf abfang kurs habe verstanden schicken extraktionsteam zu position ich gehe runter um sie raus zu locken erledige die nachzügler ilona eröffne das feuer wenn wir in position sind schießt du zuerst mädchen das war eine donati ok hat nix gott komm feuer eröffnen los wir brauchen die fracht die fracht ist da vor uns in bewegung bleibt quatsch komm ey ok nachladen nachladen ja 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 ich bin ja dran quatsch die ziele erledigt wir können weiter hier runter wir müssen vorstoßen dieser wie toll darf nicht abheben gib mir deckung feinde dringen von western aus ein na los wir müssen die fracht sichern marke schnauze äh ok wir sind eingebrochen dürfen schon wieder schwimmen schnell 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 bevor wir trinken erfrieren was auch immer ach dann können wir doch Gideon Atlas 1 bitte komm hier ist Atlas 1 URs und Michael sind tot was warum jetzt Gideon du hättest mit uns aus Neubagdad fliehen können und wir wären kein bisschen Krieger mhm es gab einfach zu viele Fragen ich musste selbst Antworten finden 1 fand ich persönlich cool er hat heimlich eine biologische massenvernichtungswaffe entwickelt und hier sollen die erfolgen wenn er uns töten wollte er sieht schön aus 1 hat alles verraten wofür ich eins stand ich will ihn genauso unter die erde bringen wie du weil dafür müssen wir diese fracht erreichen sofort sofort ist nicht fracht eigentlich schon alter wie es gerade ein Wungen ist also ich habe ein Mikro geklappt Mitchell Kormann schnappt euch die Stinger und versteckt euch na nicht die Waffe dafür verstecken ok Atlas 2 1 ich bin bereit Sentinel Agenten sind ausgeschaltet Roger Gideon du hast Glück wir wollten gerade ohne dich los ist nie so unser ist nie so unser alles klar alles klar oh boah mein wir haben noch eins geholt eigentlich alles wir haben einen Gast aufgesammelt bringen ihn zur Nachbesprechung kommen Ende was ist eigentlich mit Joker der war eigentlich auch ein cooler Kerl gut das war ein bisschen Absturz wir haben wieder einen Verrisserungspunkt erhalten F2 ok ja da passt das leider nicht dann könnten wir hier nochmal investieren wir investieren einfach mal in Panzerung jawohl wir wollen Widerstandsweger sein Vorsprung durch Technik juhu gut für nur noch 8 Stück ja das sagen wir sehen wir zur nächsten Folge wieder haut allein tschau